Ladies and Gentlemen, der heutige Kampf ist auf 15 Runden angesetzt und wird entscheiden, welcher der beiden Konferenten im nächsten Jahr im Titelkampf gegen den amtierenden Weltmeister James J. Brennock bestreiten wird. Zu meiner rechten, in schwarzer Hose, der ehemalige Schwergewichtsmeister aus Deutschland, genannt der Ulan vom Rhein, Marge Schmeling. Zu meiner linken, in pur purer Hose, aus Detroit, Michigan, die aufstrebende Sensation der Boxwelt, genannt der Brown Bomber, Joe Louis. Ich will einen sauberen Fährenkampf, Jungs, keine Tiefschläge. Schützt euch zu jeder Zeit. Joe Louis sauft mit der Kraft und der Ausdauer des Peering-Out-Probiers eine sensationelle Karriere-Wattelig auf. Die Schnee, die Katrin, sollte ein Abstieg sein. Wir werden festlegen. Ah, Fährstabell! Stattdach, alles noch klar? Ja, du müsstest ja boxen, aber denk an meine Nerven. Roger, fertig! Zeig mir, was du drauf hast. Come on, mach ihn fertig! Die ersten drei Runden sind aufgeregessen mit einem kleinen Vorteil gelohnt. Dann schiebt die Kompel auf der Welt. Tom, klar, Max! Auf der Liban-Booin! Mach ihn doch nicht drauf! Charly! Auf die Widerze, du schmelig an den Kompel, wenn du schmelig zum Hut, hält die Kompel noch ein Rink. Ba, 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 ba! Ich wollte mal die Butterburte raus, da kriegt man ja Hunger! Schmelig, auch nicht schlecht, auch zu sehr schlecht. Komm schon, Max, auf, wartest du! Ba, 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 ba! Jungs, mit die Rechte vor, schmelig jeder in Schlepp zurücklauert. Wartet auf die Chance, die er macht. Schau hee, hier wird der Sieg zu starten. Ich kann es kaum noch erwarten. Und ich weiß jetzt, dass ich niemals unterlieg. Ich hab alles in der Hand für den Sieg. Und schmelig landet eine gewaltige Rechte auf das Kick von Lewis. Hans Lewis ist da! Und 70.000 Zuschauer, die an die Serie, können es nicht glauben. Joe Lewis geht zum ersten Mal in seiner Karriere zu Boden. Öer, ее- квартиer, zwei-inka-los- Friday. Anne McLeod 재미, auch noch mal im specialen bosses. Ich habe alles nicht gekl Dragon,сти Its Saison.